Ach nö Flash, nicht schon wieder. Da sind wir ja schon wieder gelandet. Ach nö, ich weiß es doch nicht. Was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Wären wir eigentlich immer bestraft hier oder was? Wir gehen durch jedes Portal und mit einmal und wir fangen an zu meckern und dann landen wir woanders. Weiß ich auch nicht, voll kacke ey. Macht Lanz doch keinen Bock mehr. Facepalm. Facepalm. Hast du auch F5 an? Was ist das hier? Facepalm. Ne F5. Na sicher. Facepalm. Und damit willkommen zum neuen Projekt mit dem Flash. Mit Zethos! Hallo! Hi. Zu Minecraft Doors. Bei uns heißt es aber Community Projekt. Winke winke. Winke winke. Hallo! Ja. Ja, wir wissen das läuft eigentlich für Debitur und so, aber ist uns relativ scheißegal. Relativ kack egal. Die können sagen was ihr wollt, ist uns egal. Aber wir nennen das ja Community Projekt. Deswegen, wer was dazu sagen will, schnauze. Bei euch. Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich? Einfach Wendem oder was? Gas geben? Einfach Gas geben, bauen. Okay. Dann würde ich sagen, Gas. So, one for, keine Ahnung, was ist das? Also ich habe erstmal das Spiel auf Deutsch gestellt. Ja. Weil da kommt auch, weil da auch ein Computer ist, zum lesen. Okay. Ja. Mach ich immer auch. Ich weiß noch nicht. Jetzt darf es sich auf Deutsch noch stellen. Ich weiß noch nicht, was damit abgeht. Ähm. Ja, mit den Items wird es ja ein bisschen lustig. Weil man ja gewohnt ist, alles auf Englisch einzustellen. Ja. Mal gucken. Ich hätte mir das auch nur zum Durchlesen von Computercraft nehmen. Ich weiß noch gar nicht, was für Mods da sind. Ich habe nur Computercraft gesehen bei dem ersten Mal. Ähm. Ich weiß, die müssen wir hier claimen. You must be in a team. Die müssen wir eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Nö, wir sind ja nur zu zweit. Okay. Ich würde sagen, ich starte schon hier mit einer fixen Workbench. Weiß wir gar nicht. Vielleicht können wir ja... Ey, was ist das für ein Bug? Ich habe jetzt umgestellt, der Lee hat geladen. Und jetzt sehe ich nichts von mich rum. Nichts. Ja, nuscht. Ich muss mal neue connecten. Das ist natürlich blöd. Ich würde sagen, ich starte auch damit ganz fix hier. Bevor wir jetzt hier 10 Milliarden mal Holzwerkzeuge haben. Keine Ahnung. Wir können ja auch jemanden fragen. Aber ein paar Cut mitzumachen. Da bin ich auf jeden Fall mal gern dafür. Den Herr Stylot vielleicht? Wenn es er Lust hat. Wenn er Lust hat. Weil der Server hat schon 10 Slots. Na gut, das ist ja sowieso dann... Das geht ja eigentlich relativ schnell. Ja. Wenn er Lust hat halt, ne? Klar. Ach cool, das ganze Buch ist auch auf Deutsch. Ja, deswegen. Das hatte ich mir nämlich angeguckt. Hat er mir mal kurz aus der Türe angeguckt. Macerated in Use. Das ist geil gemacht. Du öffnest halt das Buch und dann hast du... Vorne Buch... Bild diesmal. Du landest nicht direkt da drin. Ja, du landest auch wo du zuletzt mal drin war. Okay, die... Das Ding ist nicht auf Deutsch, aber das ist eigentlich... Das ist halt auf Englisch. Ja, ja. Aber das ist ja egal. Wollte ich kurz sagen. Was ich gesehen habe, die Animation. Wenn du was gießt. Ja. Jetzt ne Abkühler mit Animation jetzt dran. Oh. Ich hab zu wenig Sticks. Ich sollte halt noch nicht mal sprinten. Wir machen... Wir nutzen das aber so wie die anderen. Wir werden... Wir werden... Nichts hier farmen. Ich hab grad nur hier steigen gefarmt schon. Ja, so ein bisschen. Wir werden gleich... Wir können ja gleich rausgehen. Ich mach das Loch hier wieder zu. Da hat niemand das gesehen. Problem an der Sache mit B. Mach mal den Game Sounds ein bisschen lauter. Das kann dann passen. Wo wollen wir denn ungefähr hin? Oder jeder in eine andere Richtung oder was? Äh... Erstmal gehen wir raus und dann gucken wir weiter. Das ist ungewohnt auf Deutsch zu spielen. Das geht. Ja, zumindest auch in den Einstellungen. Erstmal gucken. Hä, was war jetzt was? Okay, das geht. Musik bleibt aus natürlich. Wo will er denn hin? Also ich bin jetzt hier so den Fichten in den Sumpfding reingegangen. Ey, was willst du da denn? Ich weiß ja nicht, wo... 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 Wo planen... Der Ausgang... Der erste... Der offen ist das Nordosten. Also... Ja, dann... Näher Norden oder Osten? Nordosten ist der. An der Ecke. Der ist direkt Nordosten. Und ich weiß nicht, wie wir das... Ups... Wie wir das mit den Tieren hier drin machen wollen. Ach, die lassen wir hier drin, ne? Ja, ne? Lassen wir ein Leben. Ja, ja. So... Ich brauche nochmal kurz ein Webbench. Zack. Hat er schon, hat er schon. Wie viele Steine hast du? Äh... Ich habe zwei nur noch. Achso. Ja, aber ich habe ja das Werkzeug schon bei mir. Mhm. Also alles in Steine einmal. Ja, kann ich gleich noch machen. Die nehme ich mit. Ja, hier müssen wir die Ansicht ziehen, na. Ich gehe mir nochmal ein bisschen... Wie weit müssen wir denn raus dafür? 90, so. Hat er das Schwein eben gekehlt? Ich glaube es ja nicht. Du hast nichts gesehen. Nee, aber... Und werden die meisten das ja eh schon mitbekommen haben. Und das Projekt ist ja bei denen auch schon länger geplant gewesen. Ich werde auf jeden Fall von den Projektleitern, also von DBTOW und Karls. Die Links direkt in die Videobeschreibung mitpacken. Und das leckt auch erstmal. Ich halte die Links zum Modpack und der Link zu dem Server. So, G-Porte, dass ihr euch den Server erstellt habt. Hast du mich grad... Hast du mich grad gehauen? Nö. Giftpflanze. Eine giftige Pflanze, ja. Und da entsteht schon die Mauer. Ui. Und das ist doch nach dem Macewander, ne? Ja. Oh, die lädt jetzt erstmal vor sich hin. Hm? Die lädt jetzt erstmal vor sich hin hier. Ich hab grad kein Problem damit. Ja, gut. Ja, schnell aufbauen, dass ich das Problem mache. Mach da mal nur so kurz. Und dann... Übrigens, wir machen irgendwie Zeit mit den wirklich gleichen Regeln wie die. Aufnehmen machen wir hier so viel wie wir wollen. Ja, gut, das ist klar. Ich werd auf jeden Fall... Ähm... Äh... Keine Ahnung. Die Frage ist, hast du überhaupt Harnung? Nö. Ich hab keine Harnung. Ich dachte... Bernd, Bernd, Bernd! Ruhig mal mitnehmen. Oh, die Büsche. Mal die Büsche mitnehmen, ne? Ja, sicher, denn ich vermute mal... Ähm... Boah... Hieß das jetzt im Mixer? Jetzt weiß ich wieder, was du sagen wolltest. Die Fa... Äh... Wenn wir am Farben sind, ich werd auf jeden Fall Zeitraffer machen. Weil... Die Farben ist echt langweilig. Es ist normal. Und so haben wir auch mehr in der Folge. Von anderen Sachen. Ich hab mir das auch noch nie wirklich genau angeguckt. Wir haben noch gar nicht genau geguckt. Der Server wurde nur erstellt. Dann erstellt rein und fertig. Ähm... Und wir müssen auch mal gucken dann, wo dann die anderen Türen sind. Die sollten eigentlich in allen Ecken sein. Allen Ecken dann auf jeden Fall. Ja, jetzt ist die Frage. Können wir hier schon ja eigentlich so Gas geben, ne? Ja, ja. Wenn du hier raus bist, ab hier beginnt dann die Farmwelt. Okay. Und das ist zum Farmen da alles. Ja. Dann kann man hier nämlich beginnen. Äh... Wer hat gesagt, das ist alles in der Videobeschreibung. Ich geh auch von den beiden die Kanäle, seine Projektleitern. Ich geh aber da hinten hin. Die auf die Idee von dem Projekt kam. Und ja. Da hängt was in der Luft. Ernst? Das ist ja auch von denen erlaubt, dass man das macht. Ja. Das ist mir auch nicht schlecht. Nämlich nicht so rauszauern, dass man das drauf spielen kann. Die haben das halt erst am Projektstart gemacht. Schön. Weil sonst hätten irgendwelche das schon vorher gemacht und schon vorher rausgehauen. Und wenn auch vielleicht schon irgendwie... Und damit haben die das vermieden, dass das passiert. Da kennen sie mich aber schlecht. Schlecht. Nein, ich meinte, dass sie es bevor das Projekt startet... Ja, gut. Weil bei denen gestartet ist, dass schon irgendjemand auf die Idee kam, bevor alles rauszuhauen. So. Dübdüb. Heißer Angelegenheit. Jo. Was ist Heißer Angelegenheit eigentlich? Ofen. Achso. Boi. Den machst du sicher in den Ofen. Ja, sicher. Rastet doch gleich schon wieder direkt aus hier. Ja, sowieso. Es wird bald dunkel, ne? Du kannst ja ruhig. Hä? Vorhin hat er hier die Bärenbüche hingesetzt. Auch gut. Gleich schon Gas geben hier. Naja. Ein paar Steinefarben. Was mich ja interessieren würde, wie die das generell, wie gesagt, mit den Toren gemacht haben. Werden Irgendwann vielleicht einen gewissen Punkt aufgehen? Nein, nein. Wir müssen das selbst aufmachen. Nach zwei Wochen. Also. Ich hab doch TV-Tracks ja gefragt. Ne, ich meinte. Ob dann irgendwo eine bestimmte Stelle kommt, wo dann eine Wand ist, dass da halt nicht weitergeht. Das weiß ich nicht. Müsste ja dann eigentlich. Äh. Äh. Aber wenn eigentlich gerade so blütige Gegendronn. Damit es hier nicht so dunkel wird in der Höhle. Gleich. Nehmen wir gleich direkt hier Fackelbisch. Die Bärenischleiminsen wieder. Oh, die sind ganz lustig. Hm. Immer irgendwo anders hin. Äh. Ich weiß ja gar nicht so, wie man... Ich weiß, dass immer TV hab ich schon drin gesehen, dass der drauf ist. Naja, das ist so. Äh. Wir haben echt nicht geguckt, was da alles drauf ist. Ne. Aber ich kann mal den Überblick halten. Ein Bienen. Endai. Oh. Oh. Sechantinkas. Ist klar. Deko-Craft mäßig. Äh. Agirio. Oder so, wie das heißt. Der Forrestree ist ja klar. Oh, Forrestree. 27 Seiten. 69. Immersiv. Ja, das kommt immer drauf an, wie du die Einstellung hast. Interactive Automation. Keine Ahnung. Oh. Oh. Ist das Project Red? Ja. Oh. Ist das Project Red? Ja. Wie ist das? Für mir. F-Tools. Den kenne ich auch nicht den Mod. Steve-Cards sehe ich schon. Aber ich will nicht mehr drüber gehen. Eine Iron-Spitzer gebraucht dafür. Richtig. Ja, das ist gut, dass man sehen kann, was man wofür braucht. Steve-Cards. Storage-Doors. So. Dann. Machen wir mal Sticks. Ah, es gibt kein richtiges ME. Ah, ich weiß nicht, wie... Oh. Computers funktionieren mit den neuen Versionen. Sack. Sack. So. Haben wir das. Boah, sind die schon... Alter, sind das die Monster? Die Funktion ist ein bisschen... Bärfig, wenn du dann irgendwo aus einem Gegenblock neben dir kommst und dann mit einmal draufstehst. Boah, hier hat schon irgendwelche komischen Monster-Geräusche. Okay. Aber hier haben wir das auch mit der Schildhand jetzt, ne? Äh... Weiß ich nicht. Doch, doch. Hey. Achso. Müsste eigentlich irgendwo runtergehen, aber irgendwie hab ich grad noch gar keinen Bock drauf, wenn wir runter zu gehen, sondern noch grad zu gucken. Boah. Gib schon Gas. In die Erde. Autsch. 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 Achja. Ich hab ja mit dem Stein, hier haben wir erstmal ein Steinschwert. Autsch. Autsch. Ich will ja nicht so einsam hier sein, hier. Ich mach jetzt zwei Stück. Zu den Waffen. Ja. So, die tu ich da oben hin. Wieder mitnehmen. Da fängts an. Das schön ist, Schafe gehen wir auch gleich. Oh, Ben. Und ich hab gesehen, hier ist der Schlafmack drauf. Puh. Gute Frage. Nächste Frage. Ich hab ja nicht nur bei Devito geguckt. Ich hab auch bei Kaskhofter die Folge geguckt. Und bei Somits. Okay. Also das B nervt manchmal beim Farmen, das merk ich grade echt. Was? B? Ja. Dieses. Keine Ahnung, was das für ne Funktion ist. Auf jeden Fall, dass du über die Blöcke schneller drüber kommst. Das nervt manchmal, wenn du am Farmen bist. Das spricht ja an die Blöcke aber auch. Oh, der Stein. Okay. Ja, jetzt regnet es auch. Ich merk nix. Guck mal so. Sack. Ich mach mich schon mal ein Bad. Oh mein Gott. Jetzt hört das. So. Ähm. So. Bada di. Tadadada. Bada. 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 Boat. A-N-Heist einfach. Heißt es ja normalerweise. Auf Englisch was anderes. Äh. Bada. W.: Bada. A-N-Heist ja noch 7 Uhr. also sagt sie morgens er ist am morgen und hier man kann sein aber marken ist nachts voll egal auf kürzungen mein lehrer sagte damit dass ich merken woher zu wie die zeit ist es einfach für euch am deutsch am morgen also fertig was haben wir denn hier scheiß herz aber die zeit läuft gar nicht weiter okay ich habe ein bisschen fleisch hallo hündchen stepphündchen auch eine schöne hat mich das eben nicht hast du vielleicht mal schnell getreide drin auch so habe ich in dem moment auch unten drauf das eingestanden dann hat das hat herzen gedroppt also herzen ausgemacht so braune rote es gibt auch braune also wenn du sie schlägst kommen auch herzen wir hatten können ja auch nicht mit dem mit dem angriff ne geht ja nicht mehr das geht nicht wird erst mal gucken ich wollte mal noch mal eine mauer rumgehen kunst wir machen so bis im untergrund schon das generell gemacht wurde es kann halt auch sein dass immer dann map abschnitte dazu geführt hinzugefügt werden kann natürlich auch sein so hast du kein bett kapitel jetzt ist wieder tag ich kann nicht schlafen ich kann mich hinlegen aber ja gut dann ist nicht der mod drauf das sind ein bisschen na gut dann hätte er es auch angezeigt ja klar wie die elfer sind das denn für zombies das sind keine zombies wie die elfer sind das das abbild von dir oder was nein von dir ja da sind irgendwelche komischen monster drauf wow ich bin ja tot toll alles klar super gelaufen zu anfang ich sollte auch mal vielleicht ein bisschen fleisch brennen oder so ein scheiß und da das ja regnet grad ist das gerade ein bisschen scheiße ach warum ist ja nur regen ach so deswegen sterben die modzombies nicht ich hatte noch eine spitzhackig holzkopf ja du holzkopf was machen das für komische Viecher ey weiß ich nicht das muss zuerst mitnehmen hat da keine ahnung von die kicken einen männlich auch voll weg ich hab halt zu spät gesehen dass ich zu wenig leben hatte und dann war ich tot weil mit einmal ein zombie neben mir war so ein random kick ins face wenn meine sachen wieder reingeschockt ich habe nicht gestorben ist ja nicht so weit weg gewesen komm ich mach das aus dass er über die blöcke rennen kann ja irgendwie weiß nicht gibt es das schon hier ganz cool trotz und komisch okay die funktion funktioniert ich wollte grad zeigen die muss doch schon funktionieren ne äh linke maustaste shift drückt halten und linke maustaste dann kannst du alles reinziehen äh wie äh kisten oder so oder kisten ausnehmen ach wenn du rüber gehst damit ja das ist neu kolom wärend alles in in die in in dd v merchen mit 让's korrapt war des gestorben am 20.05 2017 am 21 22 33 hat was gestorben ist so schön stand am grabstein technischer fortschritt hat er doch schon aber merklich weil bei denen hatte ich gesehen dass der matt drauf war dann bleiben sie es noch reingefügt oder so ja vielleicht haben die es hat nicht geupdatet heute hier umgucken diese gifpflanzen sind auch nervig kann man denn die schildhand benutzen weißt du das geh mal in dein fenster rein ja aber was kann weiß nicht wie die funktion funktioniert oder so jetzt benutzen zum beispiel einige machen dass die fucking rein sitzen da ja wie kann man dann pläsen mit der anderen maustaste glaube ich doch ganz mit rechts kick auch wieder machen funktioniert das ist immer relativ gut wenn er mit sponsoring ich hab mich eben schon gewundert ich krieg schaden ich schwimm hier durch krieg schaden guck und dann macht das boom ist natürlich spaß würde ich sagen natürlich spaß hast du gelesen was denn ne ok what the fuck was sind das für monster hier die dich lieb haben hey das sind echt komische fücher viele fackeln habe ich denn ich habe was schon wieder sagen ich kann doch dann hier hier ist mauerschutz ok alles klar die haben die grenze gezogen ok kannst halt nur bis zum stimmen bestimmten punkt gehen mit unsichtbaren blöcken und aufgerissenen boden das ist natürlich klar das wollte ich nur wissen klar dass sie es komplett runter gezogen haben weil sonst könntest du nicht durchgraben oder so und das wollen ich weiß ich weiß jetzt hat das gelesen das ist ja noch schöner das wird doch so kürzer die folge ja ok aber du weißt dass ich meine du bist ein guter warum was haben wir hier mit sponsoring ich habe ist das die präsent okay keine ahnung manchmal habe ich noch ja keine ahnung was sie darauf gepfeffert haben keine ahnung aber viele auch neu sind und einige wurden ja komplett überarbeitet ja sicher bin ich ja sehr darauf gekommen deswegen habe ich mir mal ja kürzer fische was die frage deswegen habe ich mir mal sky factory 3 angesehen boah da gibt es ja dieses den mod mit diesen neuen mit den pflanzen wieder ne sammer der ist auch recht geil das ist denn sowas monsterjäger ja das war die kürzer fisch den ich gerade gekäht habe oh man ey monsterjäger ich habe gerade so ein anderes fien nämlich gesehen da dreht sich sein unterer körper beim lauten okay ja die ganze zeit schon immer so guckt was hier für abgeht hierfür sind monster ganz komische geräusche ich wunderte gerade das erde auf level 11 ist aber okay okay elektro teilen projekt okay batterien okay wenn ich jetzt schon batterien sehe dann heißt es jetzt schon der jetpack okay es gibt ja diese neue funktion wie man sehen kann wegen dem motz und sowas gibt es ja manche guides kohle 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 ja gut wir hätten halt den schlaf mod auch aufmachen können wenn wir das direkt selbst in server gemacht hätten ja klar wäre es glaube ich auch besser so ne weil ich sehe nur dass es tag und nacht ist aber mehr auch nicht naja für mich ist das relativ uninteressant was für ein was für ein wetter gerade klebt auch zu 99 prozent wieder eine erde um der typ du sowieso was meistens so ist auch nö jetzt habe ich kein spitz egal geht es mit der weiter hier kann ja nicht sein mit so einer spitze hier nicht bisschen und das gerade ganz viel zeug ist gerade unten und das ganz viel zeug hier am suchen hier okay ja gut ich renne gerade noch komisch durch die gegend äh ich habe bis jetzt gerade noch nicht wirklich viel gemacht ich wollte ja halt die mauer beobachten oder gucken wann die grenze kommt ja gut das kommt ja wegen dann wird wohl irgendwo ein hei finden hier sein blumenkind was ist denn blumenkind für ein erfolg was hast du denn gerade gemacht ich habe eine blume abgebaut dafür gibt es einen erfolg das geile ist wenn du dann den abbauen willst du wirst von den bienen angegriffen ach das ist von beinens oplenty ja ja voll gewundert mich gerade äh boi ich habe ein halbes herz in den ganzen scheiß giftpflanzen hier mein fritter zum glück kannst du nicht komplett sterben technisch start das ist auch einfach haben aber die gegner sind trotzdem heftig ich weine extra utility ist ich gehe weinen das heißt wenn ich jetzt eigentlich mal hin extra utility eigentlich sollte man anfangen zu fahren ender generator quascha natürlich dann was werde alles spanchen also ich sehe auf jeden fall deinen namen mittlerweile wieder die ganze zeit nicht gesehen ich habe die karte auf fast groß ja ich bin auch hier in der nähe bin ja gleich da wo du runter bist so kannst du sagen ich nutze den gang auch nach unten und dann gehe ich irgendwo anders lang kannst du ja kannst du ja ich würde also sagen ja du ja gleich mit meinem bruder lol zocken willst komischerweise das gerne machen ich werde dann die ich werde jetzt farm und das in zeitraffer ablaufen lassen bisschen mehr noch dass mir ein bisschen was gefahren ist aber ich mache jetzt noch bis halb voll und dann mhm oder bis meine spitze ich tue fünf stück rein was soll denn das dieb da oben fünf stück ich habe fünf stück reingetan einfach klauen hier die brauche ich nicht erst mal oh kopf jetzt hat er schon abgebaut äh ist auch schmelzen ja gut wirkwensch nämlich auf jeden fall mit ja sticks auf jeden fall gleich direkt mitnehmen oder so ein scheiß ne ich hab holz ich hab ein bisschen holz mitgenommen deswegen erst mal mit steinscharfen bauen ähm und mal einen ofen nimm ich auch mit ja gut einen ofen eher weniger kann man nachher so alles machen apropos ich hab ja cola eigentlich ne fällten wir mal grad so ein burn mother fucker burn burn mhm mhm 8 fucking mhm ne ich mach mal noch ein paar mehr so 40 fucking reichen erst noch ja hohe zu viel verbraucht man nicht komischerweise man wartet nicht bis es arsch dunkel ist das reicht ja auch erstmal ich weiß auch gar nicht welche funktion war wo man das sehen kann mit dem licht hier ja siemens auch immer noch nicht ich werde ein bisschen länger machen dass ich auf jeden fall wenn ich so ein bisschen nach meiner farbe vor als okay das hat sich erledigt mit ich mach ein bisschen länger ich hab mich keine schmerzsacke mehr da musst du doch so die geile funktion wieder machen da bräuchte treppen nicht so kacke hochlaufen so dass das essen noch in coming ob ich nicht mehr von es klappt auch an seine mitte ist noch mal ein werk okay und daraus kann es ja weiß ich nach rechts gehen oder so das ja schon naja etwas tiefer hi es geht ab da sind zwei wolle drin und bräuchte es eigentlich nur eine wolle noch ich hab das fleisch hier reingetan ne so ja ich wollte gerade äh 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 ich wollte ja das erz gerade rausnehmen so ich schaue dann ab gut zentos wird jetzt noch ein bisschen farming warming machen ja dann kann er auch musik hören weiß ich nicht was er macht dann kann er einen zeitrafer das durchknall hä achso ja gut cool hast ja hier noch ein bisschen wenn du was brauchst ich hab auf jeden fall anderthalb stacks habe ich sowieso mit ja ich werde auf jeden fall was finden so ist das nicht mehr auch auf jeden fall eisen muss ich finden warte ähm hier schmelzt dir was pfff boh poh poh ha 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 aber gut dann kann ich gleich ne kannst du ja muss ich draus machen ich mach mal wenn ich ja gleich ein bisschen übertreiben möchte hier ja du wir mal muss ich mal mach mal hinter mir ach was weiß was ne arsch äh bin ich der was jesus kri jesus kri 34 ich knall hier über noch eine kohle rein dann kann das ein bisschen brennen ich glaube du kannst sogar die chance claim dass der schank ja deswegen meinte ich ja die müssen wir schon geklebt werden also ich habe ja erst noch ein paar öfen mit rechts hier kannst du die könnten weg machen so ich hau ab er hat er acht gemacht sagt sagen ich wünsche dir was noch beim farm viel spaß übertreibst nicht so ne nein ich doch nicht ich übertreibe okay alles klar ich würde sagen bis dahin und guck bei centos weiter